Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören eine Auswahl aus dem Februarheft der Röfo. Der erste Beitrag stammt aus der Rubrik Kontrastmittel. Magnetresonanzangiografie des Herzens mit Blutpolkontrastmitteln Schnorr und Mitarbeiter verglichen in ihrer Studie Eisenoxidpartikel mit Gadophospheset-Trisodium als Blutpolkontrastmittel zur kontrastverstärkten Magnetresonanzangiografie des Herzens am Schwein. Die kontrastverstärkte Magnetresonanzangiografie ist indiziert bei Patienten mit vermuteter oder bekannter Gefäßerkrankung. Bei der MRA werden Blutgefäße unter Verwendung magnetischer Impulse dargestellt, deren Schwingungen aufgezeichnet werden. Schnorr und Mitarbeiter wollten die beiden paramagnetischen Kontrastmittel VSOP mit Gadophospheset-Trisodium in ihrer Effizienz vergleichen. Beide Kontrastmittel können bei der kontrastverstärkten Magnetresonanzangiografie des Herzens verwendet werden. Die Studie wurde als Tierexperiment an drei Schweinen innerhalb von zehn Messwochen genehmigt. An den Schweinen wurden je fünf CMRA-Untersuchungen nach Kontrastmittelgabe von VSOP sowie Gadophospheset-Trisodium bei 1,5 Testler durchgeführt. Das CMRA-Protokoll untersuchte je eine Schicht per EKG-getriggerter Inversion Recovery präparierter T1-gewichteter Gradientenechosequenz sowie EKG-getriggerter Inversion Recovery präparierter Steady-State-Free-Precession-Sequenz jeweils vor sowie nach einer bestimmten Minutendauer nach Kontrastmittelgabe. Bei jeder Messung wurden Inversionszeiten von 200 Millisekunden, 300 Millisekunden und 400 Millisekunden angewendet. Danach wurde das Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis zwischen Blut und Myokard bestimmt und verglichen. Alle Untersuchungen konnten ohne technische Probleme durchgeführt werden. In den Ergebnissen zeigte sich, dass beim Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis kein auffälliger Unterschied zwischen den beiden CMRA-Protokollen IRGRE und IRSSFP bestand. Erst nach einigen Minuten zeigte VSOP bei den Inversionszeiten 200 Millisekunden und 300 Millisekunden ein deutlich höheres Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis als sein Vergleichspartner Gardophosphäset-Trisodium. Ab 10 Minuten nach Kontrastmittelgabe war das Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis unabhängig von der Inversionszeit zu jedem Messzeitpunkt signifikant höher. Auffallend war der Signalverlust des Leber-Parenchyms nach Gabe von VSOP. Resümierend ging VSOP daher als geeigneteres Kontrastmittel für die kontrastmittelgestützte Magnetresonanzangiografie aus der Studie hervor, das vor allem unabhängig der Messsequenzen zuverlässige Ergebnisse lieferte. Fazit Schnorr und Mitarbeiter konnten im Tierexperiment am Schwein zeigen, dass sehr kleine citratbeschichtete superparamagnetische Eisenoxidpartikel im Vergleich zu Gardophosphäset-Trisodium einen ausgeprägteren Blutpoleffekt mit anhaltend höherem Kontrast-Rausch-Verhältnis in der kontrastmittelgestützten Magnetresonanzangiografie haben. Struktur und Prozessqualität in der Mama-Diagnostik in Schleswig-Holstein Waldmann und Mitarbeiter werteten aus Routine-Daten die Struktur und Prozessqualität der qualitätsgesicherten Mama-Diagnostik anhand ausgewählter Leitlinien im regionalen Vergleich und zeitlichen Verlauf in Schleswig-Holstein aus. Bei der Brustkrebs-Entdeckung mittels Mammographie kann einerseits auf das etablierte Mammographie-Screening zurückgegriffen werden, als auch auf die indikationsbasierte Mama-Diagnostik. Während es für das Screening mehrere Leitlinien gibt, an denen eine Orientierung möglich ist, ist die indikationsbasierte Diagnostik weit weniger reglementiert. Daher ist die ärztliche Indikationsversorgung in Deutschland sehr heterogen. Aus diesem Grund wurde Ende der 1990er Jahre ein Qualitätssicherungsprogramm in der indikationsbasierten Mama-Diagnostik entwickelt und implementiert, das aus den Leitlinien für das Mammographie-Screening abgeleitet wurde. Es wurde ein Qua-Mal-Di-Prozess definiert, welcher wissenschaftlich begleitet und auch ausgewertet wurde. Gestartet wurde mit der Implementierung in einer Modellregion, heute sind es vier Regionen. Waldmann und Mitarbeiter werteten anhand ausgewählter Qualitätsindikatoren aus der europäischen Leitlinie für die Qualitätssicherung im Mammographie-Screening und der Mama-Diagnostik sowie der S3-Leitlinie für die Brustkrebsfrüherkennung in Deutschland die Struktur- und Prozessqualität der qualitätsgesicherten Mama-Diagnostik im regionalen Vergleich und zeitlichen Verlauf aus. Als Datenbasis dienten knapp 70.000 im Jahr 2009 untersuchte Frauen, was einem Bevölkerungsanteil von etwa 6% aller in Schleswig-Holstein lebenden Frauen ab 20 Jahren entspricht. Das mittlere Alter betrug 56 Jahre. Die Daten wurden im Vergleich zwischen allen vier Regionen ausgewertet. Als Qualitätsindikatoren auf Basis der Routinedaten ließen sich aus der nationalen S3-Leitlinie 6% Qualitätsindikatoren abbilden, aus der europäischen Leitlinie 9 Indikatoren. Zwischen den Regionen zeigten sich nur geringe Unterschiede in Bezug auf die festgelegten Leitlinienkriterien. Die festgelegten Qualitätsindikatoren werden weitestgehend erfüllt. Viele Indikatoren verbesserten sich bzw. näherten sich im zeitlichen Verlauf an die Zielwerte aus den Leitlinien sowie die konstante Qualität an. Fazit Waldmann und Mitarbeiter konnten zeigen, dass die Quamadi-Leitlinien in Schleswig-Holstein gut implementiert sind. Hinsichtlich der abbildbaren Qualitätsindikatoren werden die in den Leitlinien definierten Referenzwerte in 9 von 12 Fällen erfüllt. In einem Fall ist das Abweichensystem immanent bedingt und in einem weiteren Fall beträgt die Abweichung weniger als 4 Prozentpunkte bei einem Zielwert von 90%. Allerdings bleibt die Analyse auf deskriptivem Niveau, es besteht also weiterhin Forschungs- und Klassifikationsbedarf. Sie hören nun aus der Rubrik Brennpunkt, den Röfo-Podcast. Spielt der venöse Blutabfluss eine Rolle? Eine Studie zu Migräne aus Investigative Radiology im Juli 2011. Die genauen pathophysiologischen Mechanismen der Migräne sind nach wie vor unklar. Eine der Hypothesen vermutete arterielle Gefäßspasmen, doch neuere Untersuchungen legen nahe, dass der Mechanismus komplexer ist. IK-Körte und Mitarbeiter gingen der Frage nach, ob das venöse System eine Rolle spielt. An der Studie beteiligten sich 26 Patienten im Durchschnittsalter von 37,3 Jahren, die an rezidivierenden Migräneattacken litten. Die mittlere Dauer der Migräneerkrankung betrug 16,6 Jahre mit durchschnittlich zwei Tagen Kopfschmerzen pro Monat. Diesen Patienten stellten die Autoren 26 nach Alter und Geschlecht angepasste Kontrollen gegenüber, die frei von neurologischen Erkrankungen waren. Alle Studienteilnehmer unterzogen sich einer MRT mit einem 3T-Gerät, wobei eine MR-Venographie der primären und sekundären Venenkanäle der Infratentorialen und der oberen Zervikalregion im Time-of-Light-Modus erfolgte. Alle Teilnehmer wiesen eine normale Neuroanatomie auf. Bei den Migräne-Patienten fand sich im Vergleich zu den Kontrollen ein signifikant erhöhter mittlerer venöser Fluss in den drei sekundären Hauptwegen. Ein betonter Fluss zeigte sich hierbei insbesondere in den tiefen Zervikalenvenen beider Seiten. Auch die Drainage durch sekundäre Kanäle, ausgedrückt als Prozentanteil am individuellen gesamten cerebralen Blutfluss, zeigte bei Migräne-Patienten signifikant höhere Werte. Die relative Drainage über die Jugularvenen war im Gegenzug bei den Patienten niedriger, wobei die rechte Vene den Hauptanteil trug. Morphologisch fanden sich bei 15 Migräne-Patienten dichte, sekundäre, extrakranielle Venennetze, was nur bei zwei Kontrollen der Fall war. Fazit Migräne-Patienten zeigten gegenüber Kontrollen einen signifikant höheren Anteil des venösen Abflusses über sekundäre Kanäle, wobei die zugrunde liegenden Mechanismen bisher unklar sind. Denkbar sind Vasodilatationen oder Gefäßneubildungen durch wiederholte Freisetzung vasoaktiver Substanzen während der Schmerzattacken, so die Autoren. Sie hören nun aus der Rubrik Gastrointestinaltrakt, den Röfo-Podcast. Niedrigdosis-CT-Protokoll zur Detektion von Kokainbodypacks Pache und Mitarbeiter untersuchten in ihrer retrospektiven Analyse zur Detektion von Kokainbodypacks das in der Klinik etablierte röhrenstrombasierte Niedrigdosis-CT-Protokoll und erörterten die medizinrechtlichen Grundlagen für den Einsatz der CT. Als Bodypacking wird das Schmuggeln von Drogen innerhalb des menschlichen Körpers in jeglicher Form bezeichnet. Bisher war zur Detektion von Bodypacks die Röntgenuntersuchung das diagnostische Verfahren der ersten Wahl. Bei der CT-Indikation besteht im Klinikalltag oft Ungewissheit aufgrund der Strahlenintensität. Da sich bei vielen jungen Patienten der Bodypacker Verdacht als ungerechtfertigt herausstellt, können durch die Strahlenbelastung medizinrechtliche Folgen entstehen. Da in den letzten Jahren in der CT-Strahlendosis reduzierende Maßnahmen in den Vordergrund gerückt sind, sollte für die Bodypacker-Indikation diese weniger invasive Maßnahme untersucht werden, da auch die Dichte Werte der Kokainpacks dieses Vorgehen nahe legen. Bei acht Tatverdächtigen wurde eine Niedrigdosis-CT-Untersuchung durchgeführt. Die Röhrenstromstärke wurde dabei in Abhängigkeit des Bodymass-Index als fixer Wert eingestellt. Der Scan wurde in kraniocaudaler Richtung vom Zwerchfell bis zur Höhe der Symphyse durchgeführt. Keinem der Patienten wurde Kontrastmittel appliziert. In Schritt zwei wurde die Dichte der Kokainbodypacks von einem Auswerte anhand 20 Quadratmillimeter großer Messfelder bestimmt. Zusätzlich wurden die CT-Datensätze auf Zeichen einer Hohlorganperforation hin untersucht. Die Ergebnisse wurden mit der durch das Zollfahndungsamt festgestellten Anzahl an ausgeschiedenen Kokainbodypacks verglichen. Bei der Zahl der detektierten und durch die Zollfahndung gesicherten Bodypacks ergab sich eine Übereinstimmung von 100%. In keinem Fall wurde ein Bodypack bei einem Patienten detektiert, der im originären CT als negativ befundet worden war. Zum Vergleich wurde eine Phantomuntersuchung durchgeführt. Hierbei wurden ältere Bodypacks mit jeweils unterschiedlichem Inhalt sowie mit einem nassen Frottee-Handtuch umwickelt in einem Abwasserrohr platziert. Für die Phantom-Scans wurden vier unterschiedliche Röhrenstromstärken verwendet. Die stufenweise Reduktion des Röhrenstroms führte bei keinem der untersuchten Phantome zu einer signifikanten Dichteänderung des Kokainbodypacks. Die rechtlichen Aspekte wurden durch eine Literaturrecherche erörtert. Ein rechtlich einwandfreies Vorgehen liegt dann vor, wenn der mutmaßliche Bodypacker sein Einverständnis freiwillig erteilt. Liegt diese Einwilligung nicht vor, kann auf eine umstrittene Rechtsgrundlage der Strafprozessordnung zurückgegriffen werden. Jede körperlichen Eingriffe sind ohne Einwilligung nur dann gestattet, wenn kein Nachteil für die Gesundheit des Tatverdächtigen zu befürchten ist. In der Rechtsprechung besteht jedoch Einigkeit bezüglich Röntgen- und CT-Untersuchungen, dass diese zu den zulässigen körperlichen Untersuchungen im Sinne der STPO gehören. Prozessual ist eine richterliche Anordnung in Form eines Beschlusses jedoch notwendig. Da der CT praktisch keinerlei gesundheitliche Risiken beigemessen werden, wird dieses Vorgehen den rechtlichen Vorgaben gerecht. Fazit. Die Untersuchung hat gezeigt, dass es auch mit niedrigen CT-Strahlenprotokollen möglich ist, Bodypacks zu detektieren. Die Studienergebnisse deckten sich mit den durch die Zollfahndung sichergestellten Bodypacks. Die rechtlichen Grundlagen sprechen ebenfalls für CT-Untersuchungen. Jedoch sollte hier noch eine trennschärfere juristische Definition erfolgen, um den Radiologen rechtlichen Rückhalt zu gewährleisten. Zur Durchführung einer Röntgen- bzw. CT-Untersuchung sollte daher unbedingt eine richterliche Anordnung vorliegen.